Was sind die Ziele in diesem Jahr für dich? Ich würde mich mal ehrlich gut fahren, meinen eigenen Erwartungen gerecht werden und in der Gesamtwertung vielleicht vorne mitmischen. Das wäre sehr schön. Das wünschen wir dir natürlich auch. Wir uns auch. Wie ist dein Jahr bisher gelaufen, wenn du so bis Stand heute zusammenfassen würdest? Eigentlich ganz gut. Ich bin gut in die Saison gekommen mit dem 9. Gesamtplatz bei der Proto-Rundfahrt in Australien. Das nächste Ziel, das ich mir gesteckt habe, war Tireno. Der 17. Gesamtplatz war in Ordnung. Das war dann Mitte März. Seitdem habe ich mich eigentlich noch vorbereitet auf den jetzigen Zeitpunkt, quasi auf den Giro. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Bitte sehr.